Wir sind quasi diejenigen, die vor Ort des Geschehens, ob das jetzt ein Katastrophenschutz-Einsatz ist, ein Feuerwehreinsatz, dass wir die Verpflegung der Einsatzkräfte sicherstellen. Und weil jeder Einsatz sehr speziell ist, gibt es auch keine Pauschalen. Das ist nicht, dass wir immer rausrücken und es gibt Zucker meinetwegen, sondern es kommt eben auch den Einsatz darauf an, dass man eben doch mal variieren muss, das in die und die und die Richtung und das wird im Team besprochen, kurz was ist möglich, was ist leistbar, in welcher Zeit und so muss man sich das im Prinzip vorstellen, wofür es unsere Einrichtung gibt. Also was mich motiviert, ist eigentlich, dass ich anderen helfen kann. Es macht Spaß, so lächelnde Menschen zu sehen und ich weiß nicht, die ganze Vorbereitung, die macht mir Spaß, das Organisatorische dahinter. Wir sind dazu gekommen, wie gesagt, vor 13 Jahren, 14 Jahren und machen ja, wie gesagt, auch überörtlich. Wir sind ja bei großen Brennen, wir waren in Beelitz gewesen, wir waren in Jütterborg gewesen und Treuenbritzen und bei den Großen, wo wir dann verpflegt haben, über 24, 36 Stunden. Und das ist ja trotzdem eine Gemeinschaft, also es ist bombastisch geil. Motivation muss sein, Ehrlichkeit auf jeden Fall und auch dieses Miteinander arbeiten können, auch mal Kritik einstecken, auch Situationen bewältigen können und zusammen dann alles aufräumen und dann ist der Laden wieder in Ordnung. Also das ist doch relativ vorgängig, ja, das ganze Geräte. Ich sage mal ganz einfach, einfach mal vorbeikommen, reinschnuppern, gucken, was die SDG macht, sich das angucken, wenn es Ihnen dann gefällt, kann er ruhig mit Punkten rechnen. Ich sage mal ganz einfach, einfach mal vorbeikommen, wenn es Ihnen dann gefällt, kann er ruhig mit Punkten rechnen.